Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie Ihre Tiere am besten vor Krankheiten schützen können? Staltren ist eine effektive, gut dokumentierte und gründlich getestete Trocken-Desinfektion auf Basis von Halamid, entwickelt, um ein breites Spektrum an Krankheitserregern von Bakterien und Viren bis hin zu Filzsporen zu bekämpfen und ihrer Verbreitung vorzubeugen, ohne dabei Mensch oder Tier zu schaden. Durch die kontinuierliche Anwendung von Staltren können Sie mit einem deutlich geringeren Krankheitsdruck, weniger Krankheitsfällen und einer geringeren Sterblichkeit rechnen. Gehen Sie keine Kompromisse ein, wenn es um die Gesundheit Ihrer Tiere geht. Kontaktieren Sie einen unserer Vertriebspartner und schaffen Sie eine Umgebung, in der Ihre Tiere gedeihen und gesund bleiben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017